Ja, machen wir ja auch sofort. Mann, dieses Geschrei. Wo haben wir denn die Koordinaten? Ach, da oben. Ich brauche mal ein Auto und eine heile Karte. Und herzlich willkommen zu Fahrgrei 4 mit dem alten Mann. Von den Schlaftabletten. Wir werden jetzt mal die Leute versuchen, vor den Tigern zu retten. Ach, warte. Wer solch rebellischer Verbrechen für schuldig gefunden wird, wird umgehend standrechtlich erschossen. Komm. Oh. Ist es normal, dass Tiger im Rudel jagen, so wie die hier? Das ist nicht wirklich ein Rudel. Und nein, die wurden mit Nebenprotokollern nur aus Heroinherstellung vergiftet. Das hat ihre Hirne zerstört. Ich lege hier einfach mal so nach gut Dünken ein paar Minen hin. Verflucht, der Tiger! Kuss auf! Oh. Sehr zu sehen, wo die herkommen. Nutz deine Ohren. Meistens hört man sie, bevor man sie sieht. Hier ist ne Jagdspritze, ne? Da ist der Nächste. Äh, wo war das? Ein Tiger! Wir haben's geschafft! Ich glaube, die kommen so schnell nicht wieder. Jetzt kann ich diese Camper zusammenflicken. Danke. Ohne dich wären wir jetzt alle Katzenfutter. Und die heute nehm ich mal mit. Die kann man gut gebrauchen, aber das mit der Karte ärgert mich ein bisschen. Aber da kommen wir ja noch ran, ne? Munition. Kann man die eigentlich einsammeln? E halten. Ich könnte die einsammeln. Das mach ich mal nachher. Bevor die... Geht nicht. Ist mir zu gefährlich. Ich hab Angst, dass sie hoch geht. Wahrscheinlich, weil ich voll bin. Dann holen wir uns mal die heute. Dann mach ich schnell Reise zurück zu dem Ort. Und dann ist gut. So, komm! Soll ja nichts verkommen. Ach, ist jetzt auch egal. Das brennt hier aber ganz schön nur. Hier gibt's noch ein rotes Blatt. Die haben das überstanden. Gut. Gut. So. Äh, M. Wir müssen... Huch. Hier hin. Ja. Das geht nämlich viel schneller. Jetzt, wenn ich mich jetzt da ins Auto setze. Und dann kann ich die Sachen gleich hier verkloppen. Und ich hab nix verloren. Großartig. Munition nachfüllen. So. Die nächste Aufgabe ruft. Und zwar diese da. Ah, es wird schon dunkel. Vielleicht sollte ich eine Runde schlafen und das am Tag machen. Das macht sich nämlich besser. Aber keine Angst. Das geht ja ratzfatz. Hier ist das Bett. Mal gucken, wie spät ist das denn? Ja, sag ich doch. So. Äh, akzeptieren. Ein kurzes Schlimmerchen. Und dann haben wir das mal mittendrin und hören nicht einfach mal damit auf. Ja. Ja. Nein, 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 nein. Und raus. Und ein Tag bricht an. Was haben wir hier? Ich kann ganz kurz schießen. Sogar sehr gut, hab ich gehört. Ich markiere dir, woras Ziel auf deiner Karte. Sei auf alles vorbereitet. Wer weiß, wie sich die Lage entwickelt, wenn du dort eintriffst. Klar. Unauffälligkeit ist das Wichtigste. Ach, da hinten. Ja, das meine ich. Da ist denn der Funktum natürlich besser. Mach ich. Haben wir denn hier noch was zum Fahren? Oder ist das jetzt alles weg? Das ist natürlich nicht so schön. Das fährt nicht mehr. Jetzt muss ich tatsächlich laufen. Das ist dann immer ein bisschen blöde. Lass mir, gib mir mal das Auto. Kann ich einsteigen doch. Gib mir mal das Auto. Ja, nimm den Wagen. Ich brauche ihn nicht. Ja, ich kann aber nicht, wenn ich kein Symbol sehe. Ich werde ich für einen neuen Spaten. Ach nee, ich muss ja da landen. Ja, das ist besser. Weich aus. Weich aus. Dass man die Musik nicht ausschalten kann, das nervt. Ich gucke jetzt nochmal. Äh, allgemein. Musik ist aus. Schalte die Musik ein oder aus. Ja. Musik ist aus. Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Ja, ihr mich auch. Paganin will nur das Beste für Kürat. Seine Pläne für die Zukunft des Landes werden ihm für die folgenden Generationen einen Platz an der Sonne sichern. Der goldene Pfarr dagegen will all seine großartigen Leistungen wieder zunichte machen. Stehen Sie hinter Paganin und setzen Sie dem goldenen Pfarr ein Ende. Wir Gefahr Paganin pflichten. Wir alle erleuchten. Ah, meine Hilfe kam zu spät. Ich hab doch hier... Ah, da geh ich jetzt nicht runter. Nein. Dann hören wir uns wieder das Gedudel an. So, weiter geht's. Ja, die habt ihr doch schon angekündigt. Aber, oh, ich hab hier das da gesehen. Und eben überlegt, da musst du hin, weil da ist so ein Bild. Das kann erst mal ab. Nur noch vier bis zur nächsten Belohnung. Und hier sind... So war's. Und was bedeutet das? Ich soll helfen? Wettschein. 5.505 Rupien. Drüber der Brummel. Elefant. Quote 171. Ihr Einsatz 500 Rupien. Alle Wetten sind endgültig. Ja, lest euch das selbst durch. Ihr braucht ja bloß Pause machen. Das klang jetzt nicht so sehr interessant. Ein Plastitiger. Na gut. Ist das denn noch weit jetzt hier? 200 Meter. Ja, bloß raus. Das ist ein Schwein. Aber wir wissen ja auch von Schweinen, dass die gefährlich sind. Tötet den Kommandanten, ohne bemerkt zu werden, um ihn zu bestehlen. Da ist er. Da ist aber noch irgendwo jemand. Ich soll nicht bemerkt... Ah, werden. Da ist er. Hier sind auch noch Bienen. Wo sind die? Ach, da. Kein Gebüsch. Mist. Da ist das Schwein. Also das richtige Schwein. Ich soll den töten, ohne bemerkt zu werden. Wie kriege ich die drei denn da weg? Erstmal diesen Typen hier. Der ist da unten. Ich riskiere es. Den haben wir denn schon mal? Ich glaube, die sehen mich hier nicht, ne? Huch! Der Typ muss weg. Schnell, 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 schnell. Der kommt manchmal hier runter. Was mich stört, ist da, dass da kein Gebüsch ist. Ah, da ist ein Gebüsch. Sehen die mich hier? Habe ich eigentlich noch Wurfmesser? Nein, ich habe keine Wurf... Ich habe schon wieder die Spritzen genommen. Hier sehen die mich hier nicht. Hier sehen die mich hier nicht. Ja. Ja. Lege die Leiche in den Versteck. Ins Versteck mit ihm. Ah, da unten hin. Ich kann leider nicht schneller gehen. Ich soll mich jetzt hier... ...entfernen. Unbemerkt! Aus dem Gebiet. So. Okay. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt könnte ich doch eigentlich dahin zurückkehren und die drei Bagger Luden erledigen. Oder? Was meinst du zu spiel? Ah, da ist auch ein Gebüsch. Komm hoch. Oh! Ich komme da nicht hoch! Und zwar hiermit. Oh, daneben. Das ist doch nicht so schlimm. Das ist doch nur beim Auto. Ich muss das Ding hier abreißen. Propaganda zerstört. Geht das schon wieder los? Nein, jetzt sollst du nicht durchsuchen. Du sollst die Waffe nehmen. Sonst ist mir doch egal, was mit dem Typen hier passiert. Ein alter Porno. Na toll. Kam ich hier nicht. Ach, hier war die Treppe. Das Auto lag aber schon auf der Seite, ne? Ja, genau. Auf das Fass hatte ich geschossen. Alles gut? Bitte. Okay, jetzt renne ich erstmal schnell zum Auto. Das haben wir ja jetzt auch erledigt. Ich denke aber nicht, dass ich jetzt zurückfahren muss extra. Oder laufen. Ich gehe jetzt nur mal schnell ins Auto. Und dann gucken wir gleich mal nach der nächsten Mission. Und zwar wollte ich mich ja hier um diesen Funkturm kümmern. Machst du da denn auch eine Route hin? Ja, ich mach das mal ein bisschen größer. Jetzt sieht man das besser. Hier ist noch Mohangehls Tagebuch. Das machen wir natürlich als erstes. Das liegt genau auf dem Weg. Einfach hier langfahren. Die scheiß Blasmusik hören. 150 Meter. Ja, schön aufpassen. Oh, 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 oh. Ich muss selber aber auch aufpassen. Wie ich, was ich mir hier zusammenfahre. Das kommt als Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Auf Einmischung in offizielle Einsätze der Royal Army steht die Todesstrafe. Wer solch rebellischer Verbrechen geschuldig befurten wird, wird umgehend standrechtlich erschossen. Denken Sie daran, die Royal Army... Ja, so parkt man ein. Komm. Bannerschuhe, Baum des Lebens. Hier ist es. Gut. Wir haben es. 7 von 20. Da ist noch eine Kiste. Und dann... Ab zum Funkturm, würde ich sagen. Haben die mir mein Auto? Was macht das Auto da hinten? Da habe ich es doch gar nicht hingestellt. Hallo. Bist du noch heil? E halten, um die Bremse zu deaktivieren. E halten zum Einsteigen. Verstehe ich gar nicht. Ähm. Ähm. Haben wir eine Route? Nein. Ach, Mist. Muss mal reinscrollen. So. Jetzt aber. Ja. Oh, die schreien aber hier auch... Ah, ständig rum. Sorry, ich halte das nicht aus, die Musik. Aber da oben ist ja auch schon der Tor. Können wir hier reingucken. Ah, hier wird es dann nachher wieder so eine Mission geben zum... Ähm. So eine Munitionsversorgung hier, wo man zwei Punkte abverlaufen muss und dann... Wo denn? Da ist er. Hallo, hast du so rumgeschrien? Und ins Gebüsch! Sag ich doch, dass das... Drei Mann. Und er zappelt hin und her. Oh, nicht umdrehen! Oh, ich hab zu spät reagiert. Aber so geht's auch. Ich glaub, das waren alle. Was machen wir? Das erst mal weg! Nur noch zwei! Harmonie nie! Da komm ich nicht rein! Wie kommen wir da hoch? Das ist ja ein Ding! Hier ist ne Leiter. Hier ist ne Leiter. So. Da gucken wir nachher. Auf'n Rückweg. Auf'n Rückweg. Äh? Ich muss doch irgendwie... Da ist so'n Ding zum Hochklettern. Hier ist auch ne Leiter zum Hochklettern. Aber nur auf diese Ebene. Ach, hier ist ne... Rampe. Ja. Diese Botschaft geht an alle Mitglieder des Goldenen Tadern. Ja. Warum sind sie euren aussichtslosen Kampfhaut? Wieso aussichtslos? Ich glaube, dass eure Verblindung leben konnte. Das der Höhe kann ausführen. Ihr müsst euch nur ergeben. Ach, wart. Und Tadernwind wird uns in eine neue Ära des Friedens führen können. Möge sein lichtig und alle erleuchten. Ja. Das sollte mich auch mal erleuchten. Bin ich glattweg schon wieder vorbeigerannt. Kiste. Rampe. Klettern. Huch. Was ist hier los? Ja, Adler. Ach, da ist so ne... Das hab ich gar nicht gesehen. Wie man gemerkt hat. Da ist ja tatsächlich ne Glocke drin. Im Glockenforum. So, jetzt sind wir mal hier raufgehüpft. Da lang. Da ist er.